ARD Text im Auftrag von Funk Hast du ein Wippelpiercings? Ich geh folgern! Alter, kuss mich! Was passiert hier? Kann ich auf deinen Rücken springen vielleicht? Ach, ich gucke! Alter! Wir fahren jetzt mal Laura mit! Wieso hab ich ja gesagt? Wir sehen nichts! Oh mein Gott! Herzlich Willkommen! Zu einem neuen YouTube Video! Hallo Kinder Joy! Du hast mein Bike gef***t! Hey, stimmt! Ich hab ein neues Motorrad! Auf jeden Fall sind wir hier bei Limitless Society Ihr habt hiervon schon mal ein Video gesehen Das werde ich hier oben verlinken Das wird eh nicht klappen, ich werd's vergessen Du bist das erste Mal am Start Ich bin das erste Mal hier, ich bin richtig glücklich Was sind deine ersten Eindrücke von diesem Event? Ich krieg nicht so viel Luft, weil ich riech einfach nur Reifen Asozial, geil Wir werden nachher auch nochmal, das werde ich abklären in einem Drift-Taxi mitfahren Oh mein Gott! Oh mein Gott! Warte, dein Bike hab ich auch noch gar nicht gesehen Ey, ist so leicht Rainbow Glitzer oder so mit drin Also du hast das ganze Bike, vielleicht nicht du Aber das ganze Bike wurde auseinandergenommen Ich will auch auseinandergenommen werden Ja, mein Motorrad hat jetzt genau 1,4 Betriebsstunden Vielleicht kann ich so einen kleinen Burner machen Und du kriegst dann die Reifenfetzen ins Gesicht Geil Kannst du kurz für die Fußfäte 1,8,7 Deinen Schuh ausziehen und Deinen Schuh überm Boden so schleifen? Ja Genau Was ist das? Ich geh jetzt einfach hier rein Wir stehen jetzt gerade hier in unserem Eingangsbereich Ich mach das, was ich dabei essen kann Ich hab gedacht, ich kann diese auch lösen Alles klar, Digga Hier, das schenke ich dir Das ist von Ollis Unterhose Können wir Bild ohne Hose machen? Leute, checkt ihr, dass ich nie wieder einen Arbeitgeber finden werde? Du willst die Hose abkaufen? Ja Digga, ich brauch die Hose Oh boy, du musst Geld machen schon Wenn wir uns das nächste Mal auf irgendeinem Event oder so sehen Dann machen wir das auf jeden Fall Ich muss das dann machen Oh, das will ich nicht sehen Ich muss zensieren Das ist doch nicht normal, das mach ich Haben wir los? Wir fahren jetzt los, geht's jetzt so oder was? Ja Ich hab Angst vor dem, was passieren wird Here we go Alter, guck mal hier rechts das kleine Motorrad Oh, ich will damit fahren Das sieht nach sehr viel Spaß aus Alter Kann ich das Ding fahren jetzt? Das ist alles selbst gebaut hier, oder? Komm mit Joy Aus dem Weg da Hallo Ich hab die Hand weggemacht Ich geh voll Gas Oh Ey, das ist voll schnell das Ding Ich mach einen kleinen Burnout, okay? Oh Auf geht's Oh, die Kuhle Oh, mich hat's fast gelegt Willst du auch mal fahren? Darf ich? Joy, wenn du voll gerne Das sieht aus wie ein normales Motorrad bei dir Kein Wandel Leg dich bitte nicht hin, Joy Ja, ich will mich auch nicht entlegen Nee, Olli Das geht Ich will das nicht mehr Oh, Junge Olli Alter Ich will nach Hause Dann machen wir den Ronaldo Jubel Okay Ziiiii Mach Ronaldo das nicht so Hä? Alter, kuss mich Was passiert hier? Stimmt! Wenn ihr das Video hier seht Hab ich die 100k auf YouTube geknackt Willst du mich tragen einfach? Bitte nicht Doch komm, frag mich Was passiert hier? Jetzt nicht Schaffst du das? Nee Ich bin nicht in der Luft Wir nehmen dich einfach beide Und jeder von uns nimmt ein Bein Das ist geil So? Wenn ich das ohne Hose mache, sieht man meinen Sch... Ihr seid sehr stark Genau Warum machst du deine Hose an? Ich mach's ja schon Besser? Nicht wundern, ich bin hier immer noch ohne Hose unterwegs Auf jeden Fall habe ich hier richtig geile Carbon Abdeckungen von CMT Da könnt ihr die Jungs wirklich gerne mal abchecken Erster Link in der Videobeschreibung Die machen richtig, richtig geile Carbon Parts Warum ist jetzt hier schon wieder eine Spinne dran? Komm mal her mein Freund So Leute, wir sind auf Mission Ich werde jetzt meine Beinhaare entzünden Ihr seht, ich hab ordentlich gespart Ich hab extra für diesen Moment eine rote Unterhose angezogen, mein Freund Kann ich die ablegen? Ich bin Olli, wir sind hier bei Jackass Und ich werde jetzt meine Beinhaare wegbrennen lassen Ganz kurz, lieber YouTube-Mitarbeiter Das ist ein abgesperrtes Gebiet Und wir sind Professionals Juck mich doch nicht Ass out, Daisy Dog Keiner sagt mir, was ich darf Los geht's Oh mein Gott Professional Haircare for me Riech mal Drecksach Das ist GTA 6 Ich hab mich gerade gefragt, ob ich's mal richtig brennen sehen will Oh 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 Nochmal, nochmal Oh Es hat nicht weh getan, lieber YouTube-Mitarbeiter Gar nichts Eins Ich stell mich nur an Dann mach du mal Ich find's geil, wenn's stinkt Ich will jetzt zu dieser Leonie hingehen Ich will die riechen lassen Und die hat so Bock an deinen verbrannten Beinhaaren zu riechen, Alter Das ist jetzt die Sidequest Wer Leonie nicht kennt Ich blende mal ganz kurz ihren Blick ein Man, warum bist du nicht so versaut? Ich bin hier ganz ehrlich Die wird nicht nur riechen Die wird deine verbrannten Beinhaare inhalieren Hat die ne Geisteskranke mit nem Audi gesehen? Wir fahren einfach hier durch jetzt Wo ist Leonie? Weil meine Hand stinkt auch wie Sau Das ist eklig, Alter, wirklich Ich musste fast kotzen gerade Mach ich echt ernst Man kennt dich aus dem letzten Video Du bist der Veranstalter von der ganzen Scheiße hier Krass, dankeschön Bitte gibt das Alex Möchtest du auf nem Spoiler unterschreiben? Ja Wir probieren jetzt beide einen Salamander zu malen, okay? Das sieht aus wie ein Schlitten Darf ich da zwischen meine Tücken tun? Den Red Bull Da ist er gut aufgehoben Der hält da auf jeden Fall Warum auch immer du einen Red Bull hast Und warum auch immer der zu schnell in Brüsten ist Und warum auch immer du keine Hose an hast Ich versuch mir einen Weg zu finden, Olli Das Auto nervt mich, ich teleponziere mich kurz hin Wow Alter, Olli, was machst du denn hier? Hallo Oh nein Guck mal, was wir dir geholt haben Olli und ich haben eine Überraschung für dich Hol ihn dir raus Ich bin verliebt Jung, blond und gut aussehend Und gefährlich Eben Eskalation, oder was? Und das alles vor GTA 6 Guck mal hier Oh Fick die Kabel Fick die Kabel Fick die Kabel Fick die Kabel Sie fliegt gleich Oh 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 Wie der qualmt Irgendwann später Ich bin so ein kranker Lamborghini-Fan Ist das ein Huracan? Hä, du liebst Lambo und weißt nicht mal, dass das ein Huracan ist? Oh nein, wir stehen jetzt hier Hallo 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 da Wisst ihr vielleicht, wem der Huracan gehört? Meinst du, ich kann mich vielleicht mal reinsetzen? Ja, kannst du machen Ehrlich? Ich saß noch nie in einem Lamborghini Das ist grad mein erstes Mal Er ist halt sehr groß, ne? Ja, ja, ja Dieses Lenkrad wunderschön Strada Grüße gehen raus an Rav Camora Was geht ab? Was ist das? Da steht Hose runter Wir fahren jetzt bei Laura mit Okay Wir fahren jetzt alle mit dir Ich hoffe, dass keiner meine Hose klaut, ne? Die liegt da auf meiner Sitzbank Die wird selbst geklaut, Junge Die bieten ihr Geld dafür an Sch*** mal aufs Bike Aber die Hose Oh mein Gott Geht der so? John, mach dich doch mal ready Ich werde langsam ein bisschen nervös, wenn ich hier die ganzen Autos höre Ich glaub, viele Leute würden das richtig gern mit mir tauschen Soll ich mich auf die Motorhaube legen? Nein Hier sind grad zwei Libellen lang geflogen, die es hatten Die haben ineinander gesteckt und die sind hier lang geflogen Was macht ihr da? Ich schwör es Oh nein, es geht los Oh mein Gott Ich bin nicht angeschnallt Oh mein Gott Oh mein Gott Wieso hab ich ja gesagt? Wir sehen nichts Oh mein Gott Ich hab meine Beine oben Joey, fühl mich Joey Ich hab meine Beine draußen, ich weiß nicht warum Oh mein Gott 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 Ja, das sch*** Junge Jetzt wird das Auto heiß abgestellt Lieben wir Einmal für Ollis Lolli hier, komm Der Ehrenmann ist auch am Start Ich wollte hier unbedingt eine Brille haben Ich find die todesgeil Und ich hab dir noch ein Ersatzglas Weißt du, du kannst die hier so zack abmachen Weißt du? Und dann kannst du einfach ein anderes wechseln So Ja, das ist todesgeil Hast du das Fahrt gesehen? Man könnte denken, wir sind hier irgendwo im Kriegsgebiet, Auto Wirklich? Bist du krank? Ich bin da Ich bin da Ich regier'n Hörschaut Halt mich fest! Halt mich fest! Oh mein Gott! Die sind nagelneu die Schuhe Bei passendem Angebot erkaufe ich diese Schuhe Hi Hallo! Weißt du was du tun musst? Ja Das war der Blick wie aus dem letzten Video Doch Was machen wir? Fahren wir jetzt zusammen oder? Sieh richtig mit Gewalt Zieh rüber Ich will meine Oma schwängern, hilfst du mir? Ja gerne nicht hier leider und ich dachte das ist eine perfekte gelegenheit den hier man nämlich ja ollie hast du nippel piercings ich glaube ich habe eisenmangel kommst du mit hinten drauf erstmal woanders hin wo ein bisschen ruhiger ist ich finde das so lustig wenn mädchen kreischen was ist das für ein rohr meinst du wenn ich meine reinstecke dass ich verurtele mich bitte nicht okay was denn ist das schlimm okay ich hoffe ich wurde nicht von einer kreuzspinne gebissen das ist so ein frauending oder mit den blumen also die orange sitzbank bleibt vielleicht doch drauf ne leger sagt ihr ehrlich naja okay das sieht echt aus du musst dir vorstellen dass einfach irgend so ein aliexpress auspuff den mir irgendwer geschenkt hat liebe und grüße ich hab ernst auf mir wie ne guck mal er muss schon schieben hier das ist eine sidequest hier wir machen das jetzt okay dann drei und zwei und eins ja jawohl kreuz oh es ist aber nicht drin alter ach komm jetzt können wir auch loslassen oder scheiß drauf komm sonst muss man ein opfer bringen die schieben der sch*** sind gerade den berg hoch sch*** ok oh digga du hast dir den Boden an oh du hast einfach ein Loch gegraben ich muss auf die macht dann nochmal alter oder oh das ist der wichser wem ist der schrott ey was ist denn jetzt überhaupt los das ist die mutter aller eddings alter auf seine wabe was ist das hier ich nehme erwaschen jetzt guck mal was ich getan hab was ist das hast du mir grad auf den sch*** geguckt kann ich auf den rücken springen vielleicht auf den rücken springen meine ich jetzt wie viel wiegst du 97 ja ok mach probier ich sag dir ehrlich du warst besser als die meisten Typen du weißt nicht wie sehr ich mich den ganzen Tag darauf gefreut hab das zu fahren das muss so ehrlich sein ach so ehrlicher Eisnerp geschickt ich hab mich richtig gefreut mal ein Bild von Schmolli zu bekommen und jetzt krieg ich bin schon an Eiern hab ich gemacht ich schwöre ich freu mich so sehr das Ding zu fahren ja Digga jetzt gehts los wund hey 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 oh mein Gott ich hab aufgesetzt ich muss runter weiter gehts uuuuuuuhh wuuhh 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 ayeh wuuhh 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 wir stehen einfach drauf Szoy komm Fjoy bist du hinter mir ich bin der Monia wuuhh wuuhh wuuhh